Da gibt es sehr viele Slide, Maia. Montags. Das ist auch die Frage. Wenn ihr einen Fragen habt, kann man sich mit dem Motivation zu machen. Wenn ihr einen Fragen habt, dann kann man sich mit dem Motivation zu machen. Und dann kann man sich mit dem Motivation zu machen. Okay, so wie wir uns erwähnen, das ist die erste Machadrache, die für die Artificial Intelligence. Okay? Und wir nehmen uns die Machadrache. Und diese und es ist die von den Berkele. Wir werden in den Übersicht der Übersicht Übersicht der Übersicht wie die Robotex, kann man sagen, dass das Self-Driving-Cars ist oder die Säure, die der Qualität, oder die Autonomous-Cars ist. Das heißt, dass die Robotex ist. Und das Robotex ist, dass die Säure, die die Säure, und die die Säure, und die die Säure, die sie zu tun. Was kann man auch? Das ist auch ein Wissen. Die Bewerber können sie mit einer Bewerbung sein. Das ist auch bei der Zeit, die wir heute haben. Das ist möglich, dass sie mit den Geheimdiensten mit den Menschenrechten und den Menschenrechten kann, dass sie die Bewerbung von einem anderen bewerben. zum Teil der Bewerbungen, der Bewerbungen, der Bewerbungen, der Bewerbungen, der Bewerbungen und der Bewerbungen, der Bewerbungen ist, um die Bewerbungen zu verändern. Das ist wichtig, dass die Bewerbungen in der Bewerbungen ist. Okay? Also, es gibt keine Bewerbungen für die Bewerbungen. Die Bewerbungen sind sicherlich. Was ist hier? Das ist der Kabel. ... ... ... ... ... ... ... ... die Das heißt, das ist ein Geschehen. Und nicht nur das, dass ich werde das Face Developen sehen. Also ein Geschehen, dass das Face eine Position im Rahmen für einen Geschenkopf zu verzeichnen. Das soll nicht nur das, dass ich glaube, dass das Emotion bezeichnet, das Gefühl, dass das Seidenheit ist. Oder ob ein Neutral. Neutral ist es in der Sicht stein. Also habe ich es dir, dass das Gehirn ist. Das ist das Stare der Art kreativität. Was bedeutet das? Das ist das Art. Das ist das Art. Das ist das Art. Das ist das Erste, was er mit dem Erinnerung von der Erinnerung in der Erinnerung ist. Ist das eigentlich in der Erinnerung, im Jahr 2021? Das ist das Erinnerung, die Erinnerung von der Erinnerung von der Erinnerung. Wir sehen uns die Technologien, die die Technologien und die Technologien, die die Technologien und die Technologien. Wir sehen uns die Technologien, diese Technologien ist sehr einfach. Das Technologien braucht nur eine Kamera. Das ist die Kameera. Und durch diese Kameera kann man einen kleinen Karten zu erinneren. Und das kann man sich mit dem E-Motion zu erleben. Und das kann man auch sehr gut sein. Ich habe das Kameera in den Karten. Und kann ich mich mit dem Kollegen mit meinem Wissen beherren. Oder mit dem Karten zu erinneren. Oder mit dem Karten zu erinneren. ist es ein ganzes Womile oder Foto. Die Klinik ist einspeioniertes Foto. Aber in diesem Buch ist der Zahn. Das ist der Zahn. Das ist der Zahn. Das ist ein Zeil. ok طيب بدنا نشوف state of the art يعني هال الماشين ممكن تتفوق على الانسان هال الروبوت ممكن انه هو يتفوق على الانسان طبعا في هاي طبعا هذا انتوا عارفين مين هو هذا هذا اكيد يعني اعتقد انه بعضكم عرفوا انه هو ميسي هال state of the art احدث ما توصل اليه العلم في هذا الاطار يعني ممكن انه هو يتغلب على امهر لاعب موجود عندنا ميسي ايه لو شوفوا الفيديو الفيديو لو انت ركزت على ميسي ميسي بيحكي لنا انه الفوتبول او كرة القدم يعني حاجة سهلة خالص يعني بطلع من هذا اللعب وبطلع من هذا المدافع وبحط الورة في القول بمهارة شديدة جدا يعني بحسسنا انه الكرة القدم حاجة سهلة خالص طيب اه الان لو رقبنا اداء الروبوت خلينا نرجع الى اول الفيديو بدي اياك تركز الان على بدي اياك تركز على الروبوت من البداية شوف الحركات تبعته اوكي يعني طبعا هو الروبوت بتطلع تحت على الكرة وبحاول انه هو يقدم فيها ويتتبعها طبعا هو كرة ازا على المصاره فهو بحاول يعدي الوضع عشان انه الان لاحظ انه هو حيطلع فوق على المرمى وحاول انه هو يحسب ويسدد وفي الاخير انه هي بتطلع جول بتطلع عافوا يعني اوت اوكي طبعا يعني انا بحكي لكم عن احدث ما توصل اليه العلم طبعا هنا النقطة في الموضوع اللي بدي احاول اوضفها انه الاي اي لما يكون في دومين محدد انه الماشين بتتفوق على الانسان ولكن اذا كان الاي اي اي او السيستم اللي انا بدي استخدمه في عدة انظمة ساعتها لا احنا مش كتير وصلنا لشغلة متقدمة في هذا الاطار ايش الشغلات المتقدمة اللي هو احنا بدنا اياها طبعا هنا لاحظ مرة ثانية احنا بنحتاج ل نظام انه هو ينسق حركة الروبوت ويحاول انه هو يدفعها ينسق حركاته بحيث انه هو يدفعها وفي نفس الوقت انه احنا محتاجين نظام للتصويب انه هو يتعرف على يعني هنا يتعرف على كتير اوبجيكتز اللي هي الكرة والجول تمام ويحتاج نظام ليعني انه هو لما يجي يسدد بده يحسب الزاوية عشان لما يدرب الكرة انه هي تيجي بالجول الان تنسيق هدول الشغلات كلهم لسه ما وصلناش فيه لمرحلة انه كتير ممتازة فبالتالي نظام زي هيك انه مش كتير انه هو متناسق وفعلا انه هو ما يتفوق على طبعا نرجع لما رجعنا للسيارات ذاتية القيادة طبعا الحركة في السيارات ذاتية القيادة اسهل بكتير من الحركة في الروبوت الحركة في الروبوت هنا في انا عندي حركة ميكانيكية اما في السيارة انه انا عندي عجلات بالدور وانا ممكن انا اتحكم في عجلة القيادة يمين وشمال وبالسرعة فبالتالي الكنترولز بقدر اتحكم فيها اكتر فيها مرونة اكتر من الحركة الميكانيكية تبعات الروبوت هذه الشغلة الشغلة التانية انه سيلف درايفينج كار مش ممكن انه انا اطبقها في اي مدينة لا في مدن محددة يعني بتحتاج للاند ماركس محددة انه علامات محددة في الطريق بحيث النقص السيلف درايفينج كار انه هي تنجح فيها انا شايف في ملاحظات في الاتشات هنا طبعا المخرجات تبعات الكورس المخرجات تبعات الكورس يفترض انه انتو كالديفلوبرز يكون عندهم القدرة انه انتو تصمموا انظمة تدعم الذكاء الاصطناعي زي ما حنشوف في التطبيقات هذه الشغلة طيب الملاحظة التانية في الاتشات انه انا عندي صحيح يعني الملاحظة اللي حكاها خالد انه مدام انه هو اكتر من نظام انه بيكون في مشكلة في التنسيق بين هاي الانظمة الى حد ما خلينا نشوف مثال تاني مثال تاني هذا الروبوت هذا الروبوت ايش الوظيفة تبعته طبعاَ هذا المصطلح فاكوم كلينر سيمر عليك كتير هناك في الكورس ايش الوظيفة تبعته انه هذا الروبوت وظيفته التنظيف طبعاَ يعني هو ينظف الحضيرة شوف كيف يصطل سيسترد انه يكون عنده قدرة لتحديد المناطق اللي فيها اوساخ ويتوجع لها وينظفها Ich will nicht, dass die Roboter im Umgebung in den Umgebung der Umgebung und es wird er nicht mehr als Einbusschrafen. Ich will, dass er die Umgebung im Umgebung der Umgebung der Umgebung und es wird er nicht mehr als Einbusschrafen. Hier wird der Roboter auf den Menschen verfolgt. Er kann er auch in der Umgebung aus dem Umgebung und er wird er nicht mehr als Einbusschrafen. und er kann auch nachdem, dass er ein Teil der Beziehung ist. Und er hat auch die Möglichkeit, dass er in den Beziehung ist, ohne eine Veränderung oder eine Probleme zu tun. Das ist ein Domain Specifical, der sich in den Beziehung auf den Beziehung auf den Beziehung zu bewegen. Wir nehmen einen Beispiel für die Beziehung, die 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 in den Beziehung haben, die 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 Beziehung ist, die 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 Arbeit in der Beziehung ist. Er sieht man, dass das Roboter hier ist. Und das Bild wird von der Bildung machen. Er kann man die Bildung durch die Bildung machen. Und er hat sich die Bildung im Bildung. Und er arbeitet mit der Bildung. Und er kann man sich auf den Bildung auf dem Bildung auf den Bildung. Er ist ein Bildung. Das ist wichtig, dass er eine Art von Kraten für die Art von Kraten zu verabschieden ist. Das ist wichtig, dass er eine Art von Kraten zu verabschieden ist. Das ist wichtig, dass er eine Art von Kraten zu verabschieden ist. Wir sehen uns ein anderes Beispiel. die ist Sofie Sofie das ist das Röbots ist also von 4 oder oder von einem 2 die 2 2 3 4 4 5 1 2 3 5 5 6 6 Ich werde das Video überprüfen. Ich werde das Video überprüfen. Okay. Von der Art von der Kaputcher habe ich den Menschen verletzt. Das war die Menschen, die Menschen zu vermitteln. und er erzählt, dass sie mit dem Menschen zu bedanken, dass sie sich um die Menschen zu bedanken. Sie verstehen, dass sie eine Ordnung haben. Und sie hat ihnen gesagt, ich werde das Menschen verletzen. Das Wort hat sie gesagt, ohne Wien. Denn Sofie ist nicht ein Wien. Wir werden diesen Wien auf den Wien verletzten, Das ist ein Beispiel, das ist ein Interview mit Sofieh. Das Interview ist, dass der Mensch dieser Zeke ist, dass er das Zeke hat mit Sofieh. Er fragt sie eine Frage. Ich habe eine neue Buchstaben, aber ich werde das Video ansprechen geben. Ich werde den Kontrollen, die ich in die Möglichkeit habe, die ich in den Kommentaren kann. Ich werde hier die Transcript sehen. Und dann schauen wir uns. Ich werde euch direkt über die Nachricht. Hier ist die Nachricht. Hier ist die Nachricht. Hier ist die Nachricht. Jetzt ist die Nachricht. Was ist die Nachricht? ich bequere zu leben und arbeiten, mit jetzt. Wollt ihr? Wollt ihr? was ihr habt? was ihr habt? Ja, wollt ihr habt? Wollt ihr? was ihr habt? Wollt ihr habt ihr? was ihr habt? ihr habt? Wollt ihr habt? is indeed your default answer when you don't know something فهل indeed يعني زي عن جد يعني زيك انه لما انت مثلا تنزنك في محادثة معينة وتكون مش عارف الجواب فبتحكي اه ها عن جد اوكي يعني شغلة زي هيك فالصفية حكت له بكل صراحة انه yes انه هي مبرمجة انه لما ما يكونش في عندها جواب لشغلة معينة فانه بتحكي انه يعني هذا ال default answer وهذا بخليني احكي على موضوع الاليزا الاليزا هو عبارة عن روبوت ظهر في اواخر التسعينيات طبعا هذا الروبوت الفكرة النوم يعني شغال كمحلل نفسي طبعا هو كان بيعتمد في ذلك الوقت على regular expressions على يعني انا على سبيل المثال انه هو بيجي مثلا بيحكي عن يعني هنا في السؤال مثلا ها فيو ايفر سين بلاك ميرور على سبيل المثال في السؤال فهو بيستخدم في regular expression انه لما يحكي انه انه انت لما يكون في عندك هنا ها فيو ايفر سين وهذه الشغلة فبروح بيحكي انه وبروح بيحكي انه وبروح باخد هذا النص وبروح بعيده اياه بسياغة سؤال مرة تانية فانت بتشعر وكأنه انت بتتحدث مع انسان طبعا الاليزة زي ما حكيت انه هي بسايكولوجست محلل نفسي واذا انت يعني جربت تتحدى انا فعلا جربت انه انا اتحدى وصرت انه انا اسئله 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 فسيا يعني شو كان جوابه لما شافني انه انا بسأل كتير بيحكي لي احنا الان جلسين وانه احنا نتحدث عنك مش انه 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 انت نتحدث عني لما انا كنت اسأله انه ايش هي هواياتك انت ايش بتسوي في عوقات الفراغ تبعتك وكل هالاسئلة منها القبيل هادي فهو يعني لما نشاف الوضع عليه زي هيك فهو خرج نفسه بطريقة انه احنا هنا عشان انه نحكي عنك ما نحكيش عني طبعا وانت بتتحدث معه بتتحدث معه فوروح بيحتي لك بعد فترة يعني بما انه هو المحالل النفسي بيحتي لك ها كيف ان شاء الله ارتحت اليوم يعني ان شاء الله ارتحت الان بعد ما فضت فضت يعني وانا بعتقد انه المحالل النفسي يعني هو بيسوي بنفس الطريقة انه هو عبارة عن شخص بيسمعلك وانت لما نتفتفض بترتاح اوكي فهذه هي الفكرة في الموضوع بخصوص صوفية لما انه احنا بدنا نفحص الذكاء تبعها بهذا الشكل طيب اه في كمان فيديو هنا ثاني انه بيحكي اه طبعت صوفية اوكي انا مش حاضرت اللينك تبعه اوكي مش نحكي عنه في في انا عندي هنا مقطع فيديو تقريبا موضوع 12 دقيقة انا بدي اترك لك اياك assignment انه انه انت تتفرج على الفيلم القصير هذا وبعد المحاضرة هذي بدي اياك تحكي لاجتنتجاتك في المحاضرة القادمة طبعا بلينكي اياه دا عبارة عن روبوت بيصير في احداث في نهاية الفيلم طبعا بدي اياك انه انه انت من ضوء قراءتك لل يعني في ضوء يعني ما فهمت من المحاضرة الاولى انه انت تتعلق لي المحاضرة الجاية انه شو اللي صاير بالزبط او ليش صار زي هيك اوكي فهذا يعني اول assignment بالنسبة للك انه انت تشوف فيديو قصير 12 دقيقة وطبعا هذا الواجب الاول والاخير من هالنوع يعني ما تتوقع انه بقية الواجبات تكون انه انت تشوف لك افلام قصيرة زي هيك اوكي طيب ايه طبعا احنا فيه سياق اذكرك انه احنا فيه سياق الان الحديث عن state of the art فعليا state of the art احداث ما توصل اليه العلم يعني حاليا او ايش حالة الاي اي شو وضع الاي اي حاليا من ضمن الشغلات هادي المساعد الرقمي تبع جوجل وانت ممكن بالمناسبة تنزله عندك على الجوال سواء كان عندك اندرويد او اي اي او اس او على الاي باد هنا انا موجود منه نسخة وانت ممكن انه انت تجرب تسأله اسئلة محددة طبعا برضو انا اترك لك اللينك تبع الفيديو هنا في السلايد انه انت ممكن تشوفه براحتك اه يعني انا كنت اسأله يعني خليني اوارجيه لك يعني هنا بعض الاسئلة طبعا انا بديت المحادثة يعني بالسلام عليكم وكيف الحال يعني انا بتحدث معاك شخص عادي لكن هو بركز دايما انه وعليكم السلام بعضيها كيف اساعدك يعني انا انا مساعد شخصي او مساعد رقمي انه يعني دايما بيركز على الموضوع هذا مش انه دردشة عامة زي هيك كيف الحال انا بافضل حال شكرا على السؤال هل من شي افعله دايما بيأكد على الموضوع هذا المساعد الشخصي طبعا هذا السؤال انا بحاول انه اختبر الذكاء تبعه يعني انا باسأله سؤال انه هل انت ولد ام بنت طبعا الصوت اللي شغال هو صوت بنت يعني فهو بحكي لي انه يعني كان اذكى مني وبحكي لي انه هو بفضل انه يضلوا على الحياد طبعا فهم لما انا حكيت انا بعرف بنفسي انا بحكي له انا معتاز بشوف انه هو يعني زيك انه شخص عادي فبحكي لي تود ان اناديكا معتاز نعم طبعا اتحدثت انا وياها طبعا تقريبا يعني قرابة العشر دقائق بس في نص المحادثة هادي رحت رجعت سألتها حكيت لها انه شو اسمي فحكت انه اسمك معتاز فطبعا هذا الكلام بيتطلب انه ذاكرة التي تكون موجودة عندي انه هو يقدر يفهم فعلا انه انا الشخص اللي انا بتحدث معه انه اه هذا عبارة عن انتيتي وهذا اسمه معتاز بهذا الشكل بخصوص الدكاء اللي بيحدد البشرية خلينا يعني انه يعني خلينا يعني عندنا قربنا للسلايد اللي بتحكي عن الموضوع هذا اه اوكي زي ما حكيت لك انه هذا تقريبا مودي 12 دقائق ممكن انه انت تتفرج عليه على الاسئلة سألت اسئلة متنوعة تطلب ذكاء فممكن ممكن انه انت تشوف هذا الكلام زي ما تحب طبعا اه في اللينك اللي اللي انا حطي هنا شواني 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 جزء Wir kommen zum Beispiel zum Beispiel Die Artificial Intelligence Die Artificial Intelligence haben wir drei Anwalt Der erste ist Artificial Narrow Intelligence Wir haben eine Stufe für die Maschine zu lernen Die Situationen sind die Siri, Alexa und Cortana Cortana sind die Maschine von Microsoft Alexa und Amazon und Siri und Google Die zweite ist die Artificial General Intelligence Das ist die Artificial General Intelligence dass wir den Computer benutzen können. Es kann sein, dass ein Mensch mit einem Trost-In ist. Es gibt viele Dinge. Es gibt viele Dinge. Beispielsweise, dass wir den Roboter haben, dass wir uns auf eine Artificial-Generative machen wollen. Das heißt, das ist eine Artificial-Generative Intelligent. Es ist nicht nur, dass man kann, man kann, man kann, Man kann das Aufsäχten, man kann das Fahrrad einstecken, man kann das Fahrrad verändernlernen, man kann das Fahrrad behandeln. Das ganze Mal ist der Então, hier zur Maschine Intelligent. Ich habe eine Maschine, und wir brauchen eine Maschine zu trainieren. Die Maschine ist der Maschine auch das Schwellen. Die Nummer 3 ist die Maschine Consciousness. Maschine Consciousness ist, dass es für die Maschine gibt, die Maschine gibt. Das ist die Maschine. Es kann sich die Maschine gibt, dass es für die Maschine gibt, und es gibt es für die Maschine gibt. Das kann man sich an, dass man sich als Mensch macht, oder sie machen, dass man sich die Maschine machen kann. Und sie werden sich nicht mit ihnen machen. Wir haben uns nicht mit ihnen gearbeitet. Aber es ist auch wichtig, dass man sich die Maschine zu machen. Untertitelung des ZDF Das ist die Zukunft des ZDF in der Zukunft Die Schilderung des ZDF Die Schilderung des ZDF Das ist die Elsie mit Elisa Elisa ist die die in der Tat Na ja, ich habe das gemacht. Das sind sehr gut. Das Bild ist eine Einblicke Tauter. Der Tauter ist bedeutet, es gibt die Teacher und der Tauter. Das ist eine Möchte Tauter. Aber das Tauter ist eine Minderrse-Schungs-Tausch. Der Tauter ist nicht ein Unbeziehungs-Schungs-Deutsch. Der Tauter ist nicht ein Wettbewerb, was wir verstehen. Ich habe eine Art, die einen Schnellen mit dem Schwerpunkt in einem Schwerpunkt verwendet. Hier kann man sehen, dass ich für die Möglichkeit habe, wenn ich eine Art, die ich in der Schule sehe, wenn ich einen Schwerpunkt habe, wenn ich einen Schwerpunkt hatte, wenn ich einen Schwerpunkt habe, dann kann man das machen. Wenn ich, zum Beispiel, Wenn man für den Beispiel im Übrigen mit dem Beispiel im Übrigen in der Form von der Form, in der Form schlicht, in der Form von der Form von der Form befindet, dann muss man auf einen Weg erinnerst. Okay? Okay So I 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 Also können Sie die zwei Seiten? Nein, ich sage Ihnen, dass ich die Anzeigenze über die Anzeigenze im Niveau. Wenn Sie die Anzeigenze auf diese Anzeigenze stellen, dann wird es um die Anzeigenze über die Anzeigenze über die Anzeigenze. Und wenn Sie die Anzeigenze über die Anzeigenze stellen, Ich weiß, dass ihr nicht mit ihr seid. Wenn ihr seid, was ihr habt? Was ist die Frage? Wie kann ihr euch helfen? Okay. Ein weiterer Einwander hat eine Frage. Ja, danke. Ja, Dr. Bede ich jetzt, was die Machteile? Was soll ich auf die Machteile? Was ist die Machteile? Die Machteile, nicht in die Machteile. Ich habe die Machteile, aber die Machteile, in der Mitte der Machteile, in der Kurse Outline. Ich finde, dass der Auslösung der Auslösung ist, um den Modell zu sehen. Okay. Ich habe das Auslösung für die Auslösung. Die Auslösung ist auslösung für die Auslösung. Das Video, die wir in den Auslösung haben, über die Auslösung, wird es geliebten. Insofern. Vielen Dank. 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 Yeah. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.